Die Grabplatten in der Denkmalhalle Freital Döhlen sind die ältesten Denkmäler der Stadt. Beim Abbruch der alten Döhlener Kirche 1880 bis 1882 wurden diese geborgen und zunächst im Freien gelagert, fanden aber schließlich Aufstellung in der 1899 nach Plänen von Cornelius Gurdlitt im russischen Holzbaustil errichteten Denkmalhalle. In den Jahren 2012-2013 ist diese verfallene Hallenkonstruktion bereits instand gesetzt worden. Oberbürgermeister Uwe Rumberg und Geschäftsführer der städtischen Gesellschaften übergaben zur Restaurierung der Grabplatten eine Spende in Höhe von insgesamt 1500 Euro an Pfarrerin Annegret Latke von der evangelisch-lutherischen Kirchgemeinde Freital und den ehrenamtlichen Denkmalpfleger Eberhard Kammer aus Pesterwitz. Wir zeigen als Stadt einmal mehr Verantwortung und unterstützen dieses Vorhaben der Kirchgemeinde als Eigentümerin der Denkmalhalle sehr gern. Es ist uns wichtig, dass dieses alte und zugleich eindrückliche Denkmal in einem würdigen Zustand erhalten werden kann, so Oberbürgermeister Uwe Rumberg. Die Initiative zur fachkundigen Konservierung und Restaurierung der insgesamt 19 derzeit stark verwitterten Grabplatten haben die Kirchgemeinde, die untere Denkmalbehörde sowie Eberhard Kammer ergriffen, um sie als besonderes Schmuckstück für Einheimische sowie Touristen zu bewahren. Die Kosten für die ersten Platten belaufen sich auf insgesamt rund 8.700 Euro. Die Förderung beträgt rund 6.950 Euro. Durch Absprache mit der unteren Denkmalsbehörde sollen im nächsten Arbeitsschritt dieses Jahr weitere drei Grabplatten konserviert und restauriert werden. Der Gesamtaufwand wird bei rund 12.000 Euro liegen. Etwa 8.000 Euro Fördermittel sind dafür angezeigt. Die restlichen Gelder müssen jeweils als Eigenmittel aufgebracht werden, erklärt Fahrerin Annegret Latke. Dankenswerterweise gab es in den vergangenen Monaten zahlreiche aktive Spender. Mit der jetzigen Unterstützung der Stadt- und städtischen Gesellschaften bleiben für die zwei Projekte noch etwa 3.300 Euro, die als Eigenanteil aufzubringen sind. Dazu werden weitere Spenden benötigt. Bis zur 100-Jahr-Feier von Freital sollen Fördermittel für weitere Grabplatten im Jahr 2019 und 2020 fließen. Auch hier ist eine weitere tatkräftige finanzielle Unterstützung der Freitaler für dieses Denkmal gefragt.